Weil man hier ein super Programm hat und neue Freunde findet. Das Programm ist auf alle Altersklassen angepasst. Weil man neue Städte und Kulturen kennenlernt. Weil man jeden Tag cool auch die Bildung macht. Weil man Leute aus anderen Gemeinden kennenlernt. Weil es extrem nette Mitarbeiter gibt, die auch zu dem Jungen sind und gut ein... Ach, Digga, Scheiß drauf! Junge! Digga, das war so kacke, man. Weil es immer viel Essen... Nein, mach nochmal. Weil es immer viel Essen und viel zu trinken und viel Gutes gibt. Man hätte neue Freunde können lernen. Weil man Leute mit dem gleichen Namen treffen kann. Die heißen übrigens beide alles andere. Das wollte ich sagen. Mann, das ist eine gute Frage. Es macht Bock, hier sind coole Leute. Es macht immer Spaß, coole Aktivitäten. Nette Leute, die das Ganze hier leiden. Viel Vorbereitung, tolle Spiele, schöne Ausflüge. Ja, vor allem die Möglichkeiten, die man hier hat, von der Umgebung her, von der Lage, die Bemühungen, die das Klima hier immer reinsetzen, finde ich echt klasse. Erstens, wenn man zu Hause wegkommt und immer Spaß hat hier. Denn man geht auch auf viele Reisen, also zum Beispiel jetzt wie hier in Griechenland oder nächstes Jahr nach Norwegen oder mein Bruder war auch schon in Frankreich. Wir haben auch echt coole Dinge gemacht und auch viele Ausflüge. Es hat auch echt Spaß gemacht. Du sollst schon was sagen. Ach so, ich soll was sagen. Du sollst deine eigenen Sachen sagen. Ja, okay, wir machen nochmal. Wir machen nochmal neue. Also, da man neue Freunde finden kann. Ich finde es lohnt sich einfach, weil man hier richtig auf Scheiße hauen kann. Man kann richtig coole Freunde finden und richtig neue Sachen erleben. Und lerne einfach Leute kennen, die man nie vorgestellt hatte, freundlich zu werden und gut klar zu kommen. Und ja, die können halt Freunde fürs Leben halt auch werden. Weil man richtig coole Eselwanderungen machen kann. Man kann hier viele Freunde finden, man spielt hier lustige Spiele. Also, man versteht sich mit vielen Leuten hier. Es macht einfach Spaß. Weil hier immer lustige Dinge passieren und es ist einfach witzig jetzt. Weil selbst Klo dient hier Spaß. Also, die Freizeit lohnt sich sehr, weil man Freundschaften schließen kann und weil man hier neue Sachen ausprobieren kann. Ja, ich finde es auch toll, neue Erfahrungen zu machen und so in verschiedene Länder aufzukommen, verschiedene Kulturen auch so ein bisschen kennenzulernen. Und ich finde die Gemeinschaft auch total toll. Und diese ganze Kreativität, die auch immer hinter diesen Freizeiten steckt, dass sich die Teamer und so alles immer so überlegen, auch in den Spielen und so. Und die Spiele machen auch immer richtig Spaß. Das ist richtig cool. Also, das muss man mal gemacht haben. Also, die Gemeinschaft ist nicht so toll, wie alle, die davon erzählt haben. Ich bin jetzt das erste Mal dabei und ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Ja, es lohnt sich auch Freizeit zu hören, weil man viele neue Leute kennenlernt. Und viele kreative Spiele spielen kann. Und man lernt viele neue Länder kennen. Ja, und man sieht viele Städte. Weil man weg vom Alltagsstress kommt und sich hier ausruhen kann und das schöne Wetter genießen kann. Man bekommt immer eine Abkühlung. Weil man hier losgenutzt ist vom Alltag und weil man hier von jedem akzeptiert ist, so wie man ist. Los! Wir gehen raus! Wuh! 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 Wuh!